Deutschland ist zur Zeit der Kälte Pol Europas. Wie man hier an den blauen Farbtönen erkennen kann, gab es am Mittwoch im Süden und in der Mitte des Landes noch Dauerfrost. Grund für die Kälte ist Polarluft, die in den vergangenen Tagen eingeflossen und anschließend unter Hochdruckeinfluss zur Ruhe gekommen ist. Lediglich im Norden machte sich schon deutlich mildere Luft bemerkbar. An der Nordsee zeigte das Thermometer fast 10 Grad an. Überraschenderweise war es auch in Teilen Nordeuropas mild. So wurden in Norwegen bis zu 12 Grad erreicht. Verantwortlich hierfür war eine lebhafte Westströmung, die milde Atlantikluft nach Skandinavien schaufelte. Um die bodennahe Kaltluft in Süddeutschland auszuräumen, bräuchte es viel Wind. Doch das wird nur vorübergehend der Fall sein. Daher steigen die Temperaturen dort in den nächsten Tagen nur leicht in den Plusbereich, wie hier durch die dunkelgrünen Farbtöne markiert. Außerdem kann es zum Samstag vor allem in Bayern und in Baden-Württemberg kräftiger schneien.